So, moin Pamarillos, mein Name ist SonnyGesert auf RepsPlay und wir zocken eine Runde Paragon mit Grimm.exe. Mal wieder. Mal wieder, ja. Aber das könnt ihr ja gar nicht wissen, weil die letzte Folge ist abgekackt und deswegen habe ich die nicht aufgenommen. Aber wir haben gut auf die Fresse gekriegt, so viel kann ich verraten. Ja, auf jeden Fall. Ja, wer geht denn wo? Dann gehe ich mal auf die rechte Lane, komm. Was soll der Geiz? Ab geht's. So, ich nehme mal was mit und so. Nimm mal zwei Schlüssel mit. Rauschne, ich habe zwei. Gut, dann nehme ich den Schiff. Das Kalavi habe ich immer zwei. Iggy rechts, den drühe ich erstmal einen Dolch in die Fresse, wenn er kommt. Warum? Guck mal, wie ich es kann. Guck, zack, zack. Guck mal, einfach voll zwischen die Nase. Hab ich wieder einen Crash? Jo, wieder einen Crash. Geht's halt. Du läufst einfach rückwärts. Immer weiter, immer weiter. Kann man da runterfallen? Nee, okay, du stehst hinten am Harvester jetzt. Das Ding ist aber immer, wenn ein gegnerischer Iggy im Team ist. Ja, 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 ist mir auch schon aufgefallen. Merkwürdig, ja. Boah, kein Lass-Hit. Boah, links, links. Fuck, fuck, fuck. Boah, so schnell geht der eh noch nicht. Also das Ding macht mir gerade irgendwie Angst. Äh, bist du wieder drin im Game? Nö, nö, muss wieder starten. Ach so, weil du läufst gerade hier rum und läufst in die Base zurück. Nö, das mache ich so, wenn ich disconnecte. Ah, cool. Autopilot. Hm. Guck mal, ich hab links und rechts an der Hand. Eine Schraube. Ja. Also meine Kopfhörer rauschen. Mal gucken mal, wer ist denn hier links? Das ist immer ein bisschen pusht hier, weil ich kann ja nicht ewig hier abhalten. Soll mal ein bisschen was machen hier. Fuckin' Iggy pusht hier. Und wie fucking Iggy hier pusht. Ich hab Iggy, ne? Ja. Ich will höchstens mal versuchen, bei dir was zu reißen, denn. Guck mal, Kevin, wolltest du nicht in den Harvest setzen? Ja, wenn ich wieder drin bin. Musst du den mal hinbekommen. Hau da ab, ihr Penner. Guck mir grad den Rampage Space Invader an, halt. Ja, fett. Was hast du erst mal vor hier? Ja, fett. Hat er sich wieder, hat er sich wieder eingekackt, alles mit Spur auf den Boden hier. Oh, ich schießt noch daneben, ich bin richtiger, der war jetzt, der ist nicht so richtig gut. Ich höre dich da unten im Wald. Wie wie so nach einem Saufgelagert. So, ich bin wieder drin. Cooler Typ. Also ich werde mich Iggy nicht mehr nähern. Das ist der fünfte Skill von Iggy. Übel. Einfach disconnecten. Schon ein bisschen unfair. Ist nicht gestorben, ist schon mal viel wert. Okay, das war die Strafe. Ich hab dem erst mal ein Deutsch zwischen die Augen gerammt hier. Aber es war echt, wo du letztens auch da einmal in einer Runde rausgeflogen bist. Das war auch gegen Iggy. Jedes Mal gegen Iggy. Vielleicht solltest du das Spiel einfach nochmal neu installieren. Ja. Werd ich machen. So, einfach über Nacht oder, keine Ahnung. Mal neu runterladen, löschen. Ja. Kann man Paragon eigentlich nur über den Epic Games Launcher ziehen? Oder auch einzeln? Ne, ich glaub du kannst es nur über den Launcher. Ja. Gerade. Ich hab ja meine ganzen Unreal Engine Projekte auch noch da drin. Ja, so ein Launcher ist eigentlich am effektivsten. Weil du machst halt dann immer direkt schon Werbung für all deine anderen Spiele. Ja. Ich hab ja durch Unreal Engine erst Paragon eingelangt. Echt? Ich hab das mal auf irgendeinem YouTube-Video gesehen, wo dann irgendwie die 5 besten Grafikspiele 2015 oder irgendwie sowas. Okay. Dann war auch Paragon. Ich wusste erst gar nicht, was das ist. Ich hab dann immer nur so gesehen. Da hast du ja immer Steel in dem Video gesehen. Und Gideon, wie er dann irgendeine Scheiße macht. Ich hab gesagt, so Epic Games. Und das hab ich gesagt, sieht schon geil aus. Also ich guck mir das auf jeden Fall an, wenn es verfügbar ist. Ja, und war ich ja eh als Let's Player alles zocke, hab ich's dann einfach ausprobiert. Und siehe da, es ist echt geil. Oh yes. Was für andere Epic Games und Projekte. Ja, ich programmiere ja in der Unreal Engine. Was denn? Pornoseiten? Ja, unter anderem. Unreal. Ja, weißt du ja nicht. Ey, ich hatte damals in der Berufsschule, hatte ich auf meinem Laptop ein Spiel, das heißt 3D Sexvilla. Das war lustig, Alter. Da hattest du so 3D-Models und du kannst dann einstellen, wie schnell die ficken sollten und so. Man darf ja ficken bestimmt sagen hier. Auf meinem eigenen YouTube-Kanal darf man das. Da darf man schon mal ficken, bumsen, bladen sagen. Und dann musstest du halt Fotos machen. Da konntest du dir dann im Charakter-Editor quasi die Leute dann noch aussuchen. Und was du denen in welche Löcher reinschiebst und wie schnell. Alter, das war richtig lustig, ey. Das war der Henner in der Schule. Hau mal rein, Alter. Das war das so Unreal Engine, oder? Ne, das hat voll die scheiß Grafik gehabt eigentlich. Aber für damals war das echt cool, ey. Ich weiß nicht mal, wo ich das her hatte. Irgendwer hat mir das mal in der Berufsschule am Laptop dann mit dem USB-Stick rübergereicht oder so. Keine Ahnung. Das hat echt Laune gemacht. Damals, da war ich ja ganz harmlos gegen. Ich hatte damals mal so ein Strip-Poker-Spiel aus dem... Das war aber noch 486, also richtig damals. Das musst du auch noch über 30 Disketten installieren. Der Hammer. Ehrlich, der Hammer. Was für ein Geiles. Wenn Baumwolle damals. Alter, sind wir... Ja, Mann, das war geil. Auf 64 Disketten musste mein Onkel mir das zippen. Ach du Scheiße. Ja. Recke ich jetzt echt wieder im Rack-Buff? Och, hör doch auf. Ach. Bring weg. Aber... Das ist wie beim Einkaufen. Lieber zweimal laufen oder riskieren, dass alles runterfliegt. Ja. So war es eben bei mir auch. Ich habe lieber riskiert, dass alles runterfliegt. Hey, ich schwöre, hier war links jemand mit mir und der ist einfach nicht mit draufgegangen. Ich bin zwar nicht gestorben alles, aber hey, das war jetzt nicht so toll. Ich weiß nicht. Bin wieder auf der rechten Lane. Das will niemand gewesen sein. Das war ja auf der linken Lane. Deswegen war ich es ja nicht. Das war Marvin. Ja. Graf Marvin von Kevin. Oh, das war lustig. Ich bochte mir nochmal die Folge von Game of Thrones. Nochmal dieselbe? Ja. Nein. Ich habe bis Staffel 5 alles doppelt gesehen, weil ich kannte die Serie bis Staffel 5 und meine Freundin kannte die halt nicht. Sie hat sich mal geweigert zu gucken. Sie hat immer gesagt, oh, so ein Ritterscheiß. Keine Ahnung, ach sie nicht. Und dann irgendwann hat sie es angefangen, nachdem ich hier vorher schon drei Serien genannt habe, wo sie gesagt hat, nee, mag ich nicht. Am Ende waren sie geil. Ja, und dann habe ich so die ersten fünf Staffeln nochmal mit ihr zusammen geguckt quasi. Zwar nicht jede Folge, aber... Aber kann man auch locker machen bei Game of Thrones. Ja, eigentlich... Ob das alles nochmal so zu gucken, so weißt du? Vor allem, man lernt auch ein bisschen besser die Leute kennen und sowas. Und du weißt dann irgendwie ein bisschen besser, ah, genau das war der und das ist so und so passiert, weil vieles vergisst man irgendwann schon wieder. Überleg halt mal, ne, jetzt die erste Folge von Game of Thrones, die ist auch schon über fünf Jahre alt, ne? Ja, eben. Alter, wo kommt der hin her? Hau ab, du Penner. Oh, der kommt, der kommt. Ich freue mich, dir noch zu helfen. Er hat daneben gehauen. Komm, 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 komm. Ich habe den Deal extra geslowt. Komm, ich habe den auch geslowt. Ja, wenn er mal Damage kriegen würde, echt, jetzt, man. Jo. Ich stehe hier voll in der Suppe drin, Alter. Aber ich mache halt auch kaum Damage momentan. Ich finde, Grim kommt so langsam aus dem Pushen am Start. Frag mal Kalari, ey. Ja, Kalari, wie kommst du denn aus dem Pushen? Also, ich mache es mit der Rex-Click. Dann kann ich doppelt sprengen. Das ist echt geil. Und das hilft mir so, ja, ab und zu. Ach, wir haben ja einen Twin im Team, weiß ich gar nicht. Wer ist denn der andere noch? Ein Gideon, cool. Wow, 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 was geht denn da hinten? Was geht denn da hinten? Ich glaube, da muss ich echt mal forever alone hier. Forever alone, forever alone. Gut. So, auf den Turm. Nee, oder? Doch. Echt jetzt? Einer ist mitte und einer ist rechts mindestens. Ja, einer ist bei uns rechts hier. Bei dir. Oder bei euch. Das Ding ist, warum ist Kalari so langsam? Einer kommt rechts, Jungle. Ja, ich hab ein Wort. Ich schmeiß mal so ein Ding in die Fresse. Und verpiss dich halt einfach mal wieder. Ey, was für ein Typ. Komm, schmeiß das Buttermesser auf und geht einfach weiter. Oh, fang, fang, fang. Geroutet, mein Freund. Geroutet seist du. Ja, ja, ja. Duddlem, duddlem. Der Buttermesser, boy. Ja, alles klar. Kia, ich hab ihn geroutet. Mach ihn, mach ihn, mach ihn, mach ihn. Warte, und? Geil, daneben geworfen. Welche Männer war ich eigentlich schon wieder bei uns am Harvestart? Ich war's nicht. Wie ist es einer gewesen? Niemals. Niemals. Deine Info, Blackbuff kommt bei der zwölften Minute, oder? Okay, danke. Diese Info. Ja, echt gut zu wissen, auf jeden Fall. Wie so am Flughafen, wenn da so, ding, ding, ding. Eine kleine Information für unsere Gäste. Der Blackbuff erscheint ab der zwölften Minute. Ding, ding, ding. Bitte lassen Sie Ihr Gepäck nicht unaufbesichtigt. Und wie das heißt? Und aufbesichtigt. Und aufbesichtigt. Und aufbesichtigt. Und aufsichtigt. Ich musste gerade auch überlegen, wie es heißt. Was hast du gesagt? Und aufbesichtigt. Das machst du eigentlich recht schon wieder ernst, was jetzt war. Sterben! Nein. Warum das denn nicht? Nein, ich will das nicht. Hör auf damit, ehrlich. Aber ich bin doch tot. Jetzt hauen kaputt. Er ist geblockt. Und er... Oh, ich wollte gerade sagen, er kommt weg. Nein, kommt er nicht. Ich hätte auch vor schon mal einen Kreis drücken können. Na gut. Für euch, dann ist das glaube ich E. Der drückt im Kreis. Kennst du deine E? Ja, E ist der Dash bei mir. Rechte Maustaste ist der Schlag. Kreis ist E, glaube ich. Ich glaube, Kreis ist E. Q ist dieses Randziehen. Und R-Ulti. Also nicht ganz so mega effektiv wie der andere Krux, aber ey. Gib mir mal noch 10 Minuten. Was geht da mit? Was geht da mit? Boah, komm, Alter. Komm, geht ihm. Komm schon, komm, Alter. Hol dir Red Buff, Krux. Ja, ich wollte gerade erst mal. Ja, ich weiß, ich hole mir den. Nein. Das ist eh nix. Zeit, rein, Duell. Erstmal Butter, Mess und Power. Komm mehr hier. Wollte ich, komm. Dann holen wir uns den Power. Immer mitten in die Fresse rein. Oh, oh, weil du Damage kriegst. Eieieieieieieiei und tot. Das ist die Ulti von Gideon sagt. Wollte gerade reinholt. Na, mal, um. Oh, mach. Oh, hinter euch kam, 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 kam. Hat Butter, Messer, gefressen, ist geschlossen. Ja, ist geschlossen. Und seine Ulti verkürzt. Der Schuss. Oh, blau, ne, blau. Oh, grauen, blau. Oh, grauen, blau. Oh, grauen, blau. Oh, rechts, rechts ist, Egi, komm, wir, oder, sollen wir pushen? Hmm, pushen, 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 pushen. Okay. Okay. Und der Limit. Wow, schiss. Wobei, doch, da geht was. Okay, ich gerecht, ist gerecht. Ja. Ist er drin? Ist er drin? Ist er sehr schön gemacht. Ja, der ist ein Tower aufdruckt. Und so, wir sollten, wir wollten ihn, wenn du kannst. voll verfehlt irgendwie voll in seinen scheiß tauern gelandet alter er wurde mich erholtet ich bin ja ich will noch ein bisschen man fertig wir können nicht die beiden was gibt mir hier wieder ab in den auslauf gegen die blöden tower der kam auch von den seiten damit hast du nicht gerechnet du penner alter damit habe ich nicht gerechnet verdammte axis gibt es doch gar nicht zeit für ein getränk er macht hier irgendwie der im plan sagen und hat nur ein stets hat enemy has been slain das finde ich aber gut das auch das auch enemy tower destroyed ist auch ganz okay ich habe mal ein inhibitor das war besser aber ja ja enemy korn return to the void alter rechtsdecke könnte man ein buttermesser verpassen gedeon zwar auch in der mitte aber ich gehe schon gedeon mit butter the bread my friend ach scheiße achso ich habe drei wards jetzt immer dabei ich gehe schon mal hier verteilen ähm mitte kann ich gleich sammler stellen beim boss und erhebt vollkommen ab ja komm da weg gefährlich kaum mal nach da wollen sie sich auch mal so wieder wir wollen uns die wollen es matchen guck mal rechts kommt gleich der feng runter hier in dem wasserfall quitsch quatsch trauben match die trauben sind die zahl oder so woher 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 nein mann ich renne da voll rein ich wollte ihm helfen wem hier dem äh ich wollte den igi killen wir hatten da gegen igi gekämpft 7 ne weiß ich nicht ich weiß ich nicht ich weiß auch nicht wer der jetzt gerade gekämpft hat oh kalarin in us team hahaha ja der frisst irgendwelche pilze ey ich seh das gar nicht dass die grad was schreiben was ist denn da los naja als plazerspieler hat man solche privilegien nicht boah ey ich putze gleich ins mikrofon natürlich seh ich sowas normalerweise ich kann auch ne kastatur anschließen ja das macht trotzdem kein pc draus hahaha 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 also nur mal so gesetzt den Fall ne ähm jetzt mal so berühmt gesagt aber wenn du auf ein turnier gehst und so ne ey die sagen ich soll mit einem scheiß pc spielen ach Gott wir können gleich disconnecten sagen aber schön mit euch Achtung links fang und gideon ja hat der uns der da schreibt weil der auch lacht naja mhm 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 dann können in die jahre wir aufgeben stift die führen aber passt schon der kommkontakt mit ehrlich hatte aber immer wieder hat jetzt und aufgeben will man aufgeben kann dann aufgeben oder es gibt das ist nur auf das würde ich gehen die roh scheiße kommende super heißer der Kd der Kd war해� dem TV dem auch in die was mich in den Däcken muss ja der hat mir aber nicht so sie nennt man ist um nicht geprägt wenn ich ihn mal prägen ja bitte meine minz prägung und präge ich ihn so richtig für sein leben im leben nicht ich brauche hier definitiv Hilfe jetzt wo ist denn ja das ist zu spät ja und so schnell oh scheiße man ehrlich dieser berührte scheiß Gideon alter geht einfach weg ey der hat doch gut kassiert geil man ey ich lass mich weil meine Nachbarn hassen mich gerade ne aber nein mach nein wir wollen nicht was geht ab holen was gehört was gewonnen Achtung Achtung ich geh bisschen den Jungle oh oh er gibt ihn hier an dauernd auf ja der Gideon oh ja weil er ne Null für ist forever load du Mixer das ist meiner du hast ihn noch gekriegt ja natürlich war ja auch meiner jetzt geslowt ja komm drauf 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 oh ich glaub der ist echt wach geworden ich war die ganze Zeit ruhig oben ey jetzt hör ich da irgendwas das musste aber mal echt mal sein ey so drei Tage auf die Fresse kriegen sind grad raus gekommen Lass es raus Lass es einfach raus ja aber nicht nachts um zwei das vielleicht ist die Gäste an so aber deine Streamleute hören und hören mich nicht oder Prozent der Gäste und er hat Prozent wo das kürzt mich halt einfach an warum ist dieser Spaß die er steht da einfach und guckt zu so weit so anstatt dass er mit einem Geld zu der Tegel zu einem Sohn und manchmal muss man sowas auch einfach mal genießen da muss man mal einen Schritt zurück gehen und einfach mal zuschauen und was lernen Danke Danke jetzt hier um 2 Uhr nachts haben wir echt schon 2 Uhr? ach ja Punkt 2 Uhr genau Punkt 2 Uhr geil na egal solange keiner klingelt das ist Lachs ja wenn man nur einmal schreit was soll da jetzt aufstehen ich hab mir halt den kleinen C gestoßen also von daher kennt das ja ja bis auf den Legostein getreten ja ja ich hab gar keinen einzelnen Ward mit das ist ja richtig scheiße ich hab alles ich hab alle ich hab auch Wards aber next Twin komm lass mal Twin lass mal Twin aus Twin Twin aus dem aus einem zweimal ja dann komm ja ich hab Buttermesser parat dafür du hast ein Roomsteak parat die guter Westerbund Salat und der Bizeps vor allem ja der Hälfte ich hab wieder von der Seite so ein blödes Komportar zu in die Krieg steht aber warum wir wohl die Neukurten jawolle der Sonic hier im Blutrausch ja ich hab ich es ist ein Sniper AIM das ist ein 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 ich bin ich glaube das ist ein 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 nicht zu kurz der Dori Koppel der Butter bei der Sperre nicht ein Maier weg 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 bei der Euro müssen die Mitte war ich bin ich aber nicht die Mitte ich bin schon fast da wurde einfach keine Verloren der Verloren ich komme nicht durch wegen die Schütze alles klar die Gideon ist wo sie jetzt sind ja hier oben Weiberlohn, 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 Oh ich hab sie erwischt ich habe mich in den Fall eingeschlossen, was er passen hat, ne Oh, jetzt renne ich noch rein, ich bin, was geht mit mir ab Lach denn mal Das sind nicht mehr deine Sünde hier Ey, ich bin wieder in der Nähe von Iggy, oder? Oh, Twin von hinten? Ne, wahrscheinlich wird der nicht gecrashed, bin wieder gecrashed Ach, echt Ah, ne Ey, das ist doch scheiße, Mann, ey Alter, wie geht der hier vor mir rumfliegt, ey Ne Gibt's nicht Oh, warte, ab Boah Warum knallt denn der so drauf? Ich glaube ich hole jetzt erstmal Attack Speed als nächstes, klein bisschen was Bin jetzt auf Damage Jetzt brauche ich erstmal Attack Speed Obwohl, ne, ich mache jetzt Damage voll Ey, das ist ja echt übel, Mann, ey Vier Leute übrigens rechts, ne, also nur mal so zur Info Ja Bin rausgeslidet Ja, ich steh hier noch ein bisschen rum Ich werd hier geroutet und gesund, ey, alles Oh, das sieht nicht gut aus für uns Geh in den Jungle und dann kommst du von hinten drauf Ja, aber warte mal ganz kurz, ey Ich muss hier erstmal Was tut, ey Dann Port Back und dann gehst du links verteidigen gegen Iggy Ja, noch besser, ey Oh, dann geh ich jetzt gegen Iggy, weil sonst fällt der Turm Ja, ich bin ein Versuch auf dem Weg und so Aber irgendwie werde ich A verfolgt und B ist hier alles ein bisschen schlechse grade Weil drei Leute, ja, geh du gegen Iggy, ja Ach, mach du, ich geh hier Weil die beiden sind echt below live Hä, hab' daneben geschossen Also Iggy ist weg Und even the mighty will fall Nein Wer hat, hä Warst du jetzt wieder rechts auf der Lane? Ja, ich hab verteidigt mit rechts, auf jeden Fall Da waren drei Leute gegen zwei von uns, die einfach super lowlife waren, ey, das ging ja nicht Was, ne, das kannst du ja nicht machen Ne, kannst du nicht machen Da kommt aber noch Iggy zu euch Kannst du nicht machen so Ne, kannst du nicht machen so Ne Hey, wir haben uns ja schon wieder eine Creepwelle links Mann, es steckt fest Ich bin in eine Schlampfütze getreten So, wieder drin hier Hallo Pomerillo Boah, ich brauche unbedingt Attack Speed, ey Ich krieg ja hier die Prefellen gar nicht kaputt So, was sagen denn die Punkte gefühlt immer noch? Ja Der gegnerische Ne Ja, keine Ahnung, hier kam Iggy wieder von hinten, oder? Wollen wir uns nämlich wieder rausgehauen Keine Ahnung Ich will kotzen, ey Ah, Iggy in der Mitte, ich hau ab, ey Ich bin auch links Rückzug, sagt er Warum? Ach, der hat keinen Plan vom Leben Wir sollen lieber mal links seine Lane machen können Also hier sind zwei in der Mitte Oh Komm ich brauche ihre Excell 될 timely Papi will sich ein paar neue Schuhe kaufen Gib da Never alone never alone ich möchte ein Teil von denen never alone, never alone Gideon muss doch auf dem Weg zu euch sein care taken gar 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 betroffen alter 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 ja ne es war übrigens nicht Gideon das war fängende also er sagte auch nur gute Arbeit dieser Spachen wo ist denn der ey au alter alter ich krieg hier ich krieg hier voll auf die Schnauze die spüren immer noch hilfe voll bei lauen alter nein ja die gängen jetzt aber auch nur noch rum weil sie die einzige Chance gerade ist ja müssen wir mit ganken leider oder was jemand gankt ne wenn Gideon mal pushen würde keine Ahnung was der macht er schreibt er steht da und schreibt das ab ist over ne wieso 14 16 was ist los und Tower sind wir im Gleichstand ich kann das echt nicht lesen heute das ist doch echt merkwürdig normalerweise wisst ihr ja ich schreib ja auch immer mit und so Junge Junge kein kein Kampfgeist oder was das heißt nicht Ayn das heißt Larry oder so statt ab Noob sagt er zu mir mitte 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 schon ähm Tower fällt no egal schnapp ihn dir er läuft oben lang wo lang geht er gar nicht alter never alone wenn ich was anfangen dann bringe ich es auch zu Ende äh linke lane hm lass alle links gehen wir sind zu zweit ne never alone never alone best rechts ist einer er ist gecheckt oder ja wo oben im Pool wahrscheinlich ja gerade weggeportet ja mitte EG kommt einer von hinten dran mhm gleich ja guck mal ob das du links durchziehst die wenigstens dann Tower holen können ich hab noch keine Wards ich muss jetzt die Wards mit reinnehmen und jetzt schon halt auf Lebensraub gehen ne ich muss mir gleich erstmal ein bisschen Kinetik reinballern das ist ja echt schrecklich hier Lanes zu pushen mit dem sollen wir uns sollen wir rechts gehen Kevin ähm wir sind zwei aber ich hau auch gut rein ok ich kann nicht so weit nach vorne durchgehen das geht nicht gut weggehen leider ja kriegen wir hin irgendwie oh da kommt der hier ist noch Decker ne da sind zwei komm zurück 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 ne ne oh oh man ey hier kann ich ja auch nichts machen ach scheiße sind die da runter gesprungen mhm Achtung Fang kommt Decker auch wie lange willst du da stehen bleiben unsichtbar kannst du für immer unsichtbar bleiben ne aber recht lange mhm forever alone oh gut 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 wo ist nun unser Gideon was macht denn der Idiot Gideon Gideon verteidigt das Königreich ok hier hab ich schön auf der rechten äh linken lane mal gucken wie weit ich den jetzt down krieg warum bin ich der einzige der Level 13 ist ach du bist Level 12 lol noch 13 ähm stimmt ich brauch Hilfe links ja ich komm schon greif an greif an warte der soll ein Reisemodus ist er da ne greif an ja du musst jetzt ne nice 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 drauf 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 komm hauen weg hauen weg hauen um nein nein geh zurück geh zurück komm du musst ihn holen jetzt ja er ist halt leider echt in dem Moment wo ich meine Ulti ziehen wollte eigentlich aber aber nein ich hab den Falschnerwisch aber nein ich hab den Falschnerwisch ja 3 gegen 3 und einer ist fast tot bei denen ja 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 aber einer ist auch Mist ne geht auch ganz schnell nach hinten los pass auf ja aber wenn wir doch 3 gegen 3 sind einer fast tot ist ja irgendwann müssen wir ja mal einfach Kills machen schwind ist tot warum hab ich es jetzt nicht ready man scheiße der Fank kommt von hinten ja Achtung geht zurück zieht zurück Achtung alle auf Fängen kommen einfach drauf derweil Dreh einfach durch Alter was für ein Typ Alter hellig jetzt ey hahaha da steht den Midernpferd egal so's göttlich Armin schnappt euch den Turm jetzt hier haha so der da hinten ist tot leck mich im Arsch Aua aua ich bin auch gleich tot Habt ihr den Tower? Ne, heiße Twin kommt, ich muss weg Ich hab Twin geroutet Komm weg da, weg da, weg da Wer hat denn den Harvester gekillt? Hä? Enemy Harvester destroyed, hat er gerade gesagt Oh, nein Wo ist die Tower, der Iggy? Ach, das gibt's doch gar nicht Jawohl, machen fertig, komm, ich hab noch was gekriegt Buttermesser Du hast dich daneben geworfen, oder? Nein, ich bin getroffen Aber jetzt kommst du nicht mehr weg Noch einmal, yeah Und raus aus dem Tower Gut gemacht Ist der Finger oben, wird man dich loben So ein schlauer Wollen wir uns kurz den Penner auf der rechten Lane noch holen, oder was? Äh, wer ist da noch? Ich hab Gideon extra alleine gelassen, weil er so eine große Klappe hat Never alone Hm Hätte auch Decker holten können, aber Aber Hab Iggy geholten Okay Ich hab den Drecksack Ich hab den Drecksack fast sogar noch platt gemacht Aber der hat mich doch genau abgefangen, der Penner Oh, 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 oh Oh, shit Bringen! Ja, ich dachte eigentlich, der sieht mich nicht Weil ich im Hight war, aber irgendwie Alter, was gehen da ab Junge, Junge Und er holt ihn, Alter Nicht schlecht Und er holt noch einen Alter, dann rast ich aber aus Boah Der ist gut Der hat ein bisschen viel Kinetik drin, der Freund Ja, und Leipzeel und alles Komm, 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 komm Oh nein Ah, Decker hat ihn gefangen Weg, weg, weg mit dir, Mann Was machst denn du? Scheiß drauf, die Minions Boys, jawoll, Mann, GTF Oh, my fuck Haha Guck mal, wie wir die auf einmal wegnetzen So, ne? Ja, und der komische Typ wollte auch gehen, Mann Blöde Sau, Alter Ich häng im Turm drin Guck mal, dass du Rechts Ah, das ist ja genial Ja, links durchziehen Zieh durch Hat mir Mühe, ne? So, ich muss weg Ich muss weg Habt ihr jetzt beide angekratzt? Äh, IG, kommt zu euch rüber Links Linke Strecke Ja, ich versuch ihn Trotzdem Ne, schaff mich nicht Ich hab mich nicht Versuch's Ich muss einmal kurz rausgehen Scheiße, ich hab gedrückt Scheiße Oh Ja Oh, Mann, ey Was war das denn jetzt? Ja, ich hatte Ulti an Und dann wollte ich eigentlich die Ulti abbrechen Und dann hat es mich zu IG geportet Oh, Mann, ey Guck mal, dafür hab ich den Turm jetzt, ne? Naja, okay Dann hat es schon was Gutes Ja, sonst wär er halt auch zu mir gekommen, ne? Der Sack Ja, er steuert im Inhip, Mann Warum Inhip? Der macht Mit zwei Jetzt 2362 Schaum, ey Das ist ein bisschen viel Beef Viel Beef So, ich muss erstmal zurück Keine Tränke mehr Gar nichts Hat der Gideon echt Kinetik drin für uns? Ja, verstehe ich auch nicht als Gideon, Alter Attack Speed, wieso? Vielleicht so minimal eine Karte oder so, die der Tech-Speed hat, den Stab, aber nicht noch extra rein. Ja, aber normal brauchst du, du brauchst ordentlich Mana, Cooldown, Reduce und dann alles rausfeuern. Vielleicht noch eine Rüstungskarte dazu, damit du halt noch lange in der Luft bleiben kannst, wenn du deine Ulti gezündet hast. Aber ansonsten musst du einfach mit der Ulti rein. Oh, wer ist das denn? Ich kann nicht kommen. Oh, gib ihm, gib ihm, gib ihm, komm schon. Ja! Jawoll, hau ab da. Oder port gleich weg. Lauf direkt hier hoch. Ist ja kein Mörder, oder? Schade, ich wollte dich eigentlich erschrecken. Ja, wir müssen irgendwie durchziehen. Da kommt Gideon. Ja, lass holen, lass holen, lass holen. Ja, ich warte noch auf dich. Sag Bescheid. Ähm, jetzt. Ah, es ist zu dir gelaufen. Geh drauf, aber ich bin hinter ihr. Alter, geht der down. Mit was hast du so viel Schaden gemacht? Ah, der kommt weg. Laber dich. Ach, mir egal, ey. Ich hab, weißt du, es kommt drauf an, wo du den Dolch hintriffst. Wenn du den genau in die Eier schmeißt, dann... Ist der instant tot. Ja, was? Ja, das sind nicht wirklich welche, deswegen hat sie nicht allzu viel abgezündet. Das ist halt, wenn ich aus dem Schattenschritt komme, mit Linksblick aufschlipfen und dann ein Blutdolch hinterher. Ja. Und unerträgliche Schmerzen. Hängen wir auch hier irgendwo? Oh, yo. Iggy, rechts. Ja. Mach du ihn von vorne? Ja. Oh, 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 oh. Achso, ich hab noch keine Info des Kibos rausgelaufen. Wenn man ein Ward tötet, kriegt man 10 EP. Kartenkirchen. Wow. Das geht ab EGF, das ist guter Messer. Warum macht der Ulti, Alter? Oh, 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 oh. Ah, nee, oder? Nee. Ich hab mein TTFO schon verballert. Oh, fast. Ja, komm, ein Stück näher. Komm, 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 komm. Oh, wo willst du denn hin? Ja, die Buttermesse, Wurftechnik ist... Kompliziert. Können nur japanische Mönche ausführen. Aua, aua. Ich bin jetzt der Mann. Hast du gerade gesehen, die hat ihren Ball geworfen, der ist hier abgeprallt und kam wieder zurück zu ihr. Hey, da geh ich nicht hin. Vom 30 Sekunden bis TTFO. Ja, okay, ich hab auch... Wow, 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 jetzt, jetzt, jetzt. Oh. Bitte schön. 20 Sekunden. Ach. Fuck. Ja, Mann, ja, Mann, die lieben Mies. Komm, Tower. Nice, Mann, nice. Da hilft auch die Ulti nix mehr, mein Freund. So, jetzt, äh, Dings abgeben, komm. Hey, lass aufgeben, oder? Ja, ist besser, glaub ich. Ja, genau, der Keeper-3. Unten ist Egi noch in Busch. Ist ja rübergegangen. So, Sammler ist down. So, Sammler ist down. Okay. Okay. Komm, komm. Du hast es nicht mehr alle, gleich gibt irgendeine auch noch. Haha. So. Äh, Egi hinter. Oh, da ist ein fucking Tower. Wow, ist doch was man gesprungen? Und wieder? Ja. Fast, fast. Äh, wir haben keine Minions hier. I'm watching you von hier oben. I'm watching you. Und er rennt einfach rein in den Tower. Und holt ihn. Ach, wo kommt ihr denn her? Hä? Seht ihr einfach schon mal hinterm Tower. Ich muss auch jetzt mal, äh, zurückgehen. Fällt mir gerade auf. Ich hab nämlich auch keinen Mana mehr für den GTFO. Ja. Oh, jetzt, jetzt deckert die mich hier ein. Jo, jetzt killt mich seine Ulti. Böde Sau. Sind viele Mist, ne? Der Twin, also... Twin ist... Ich guck einfach mal. Oh, was geht ab? Twin. Komm, ich hole nicht mehr. Als nächstes noch zwei Lebensraub... Ne, eine Lebensraubkarte. Ah ja, stimmt, ich hab nur eine. Ich hab nur eine Dreier Lebensraubkarte. Sonst hab ich nur Vierer. Ist ein bisschen scheiße. Ich tücke. Okay. Wo seid ihr denn? So, schau ich mal dem Grux zu. Mal gucken, was habt ihr denn für Stats. Fünf, fünf, sechs. Für Kevin. Den Drittsat. Drei, sechs, sieben. Ja, Wollo. Boah, machst du Damage, Alter? Na, Grux ist übel, ne? Ja, aber ich hab auch Red Buff und Orb, ne? Also, dann gibt's halt mal... Achso, der Orb ist so. Alles klar, okay. Lob zurückgenommen. Ja, aber hätte ich mal bloß meine Fresse gehabt. Ich kann nie seine Tricks verraten, ja. Dumm, dumm. Ich bin dabei gestorben. Glaub ich. Komm, wir pushen mal rechts. Ja. So, links sind zwei. Fates. Jetzt gibt's so viele Karten. Ich check mal die Lage. Okay. Oh, links. Komm mal links, Mitte. Und dann Mitte sind drei. Das müssen wir aufpassen, ne? Ja, wir sind auch zu dritt hier. Twin kann gleich Deffen gehen. Die kriegen vielleicht den Tower Down, aber wir den Inhab. Glück. Ja, ja, lass durchziehen. Ich komm auch. Ah, Decker, Shield nach rechts. Okay, zieh durch, zieh durch. Decker ist da, aber egal. Oh, okay. Okay, komm, Gideon kommt noch. Geh zurück, geh zurück. Was ist denn? Ja, was du hörst? Gerade ein bisschen schwieriger. Oh, shit. Alter, zimmert der. Mhm. Oh, oh. Frank. Alter, da kriegt der mich down. Was ist denn daran nice, wenn er mich tötet? Nein, ich meinte, der Kind ist für den Arsch. Unser Kern. Oh, was? Porten, 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 porten. Hast du keine Ulti? Aber er ist da. Nee, bleib da, bleib da. Twin ist da und Gideon sind da. Alter, echt so schnell durchgekommen? Krass, ey. Okay, das machen wir gleich auch, oder? Ja, ich kann mich viel machen, ey. Sie stunten mich hier gerade ein bisschen zu Tode, ey. Ich kann nichts machen, ey. Das wäre ein Selbstmordkommando. Die ist alleine, also. Ja, aber ich habe nur 600 Leben gerade übrig. Naja. Halt sie ein bisschen auf. Ich lenke sie ab. Ah, es wird noch spannend, die Runde, ey. Retard Kalari, what the fuck, you don't defend, bro. Hm, ich mach mal die Backen halt. Hahaha. Hat die, ey. Geht aber jetzt zurück. Ja, weil ich Mitte durchziehe. Oh, 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 oh. Rucks, rucks, rucks. Gute hin. Komm jetzt drauf, hauen, drauf, hauen. Nee, ach, die Tussi ist da, ne? Dann hör auf, hör auf. Ach, guck mal, er rennt einfach zum Chor. Ja, aber da ist jetzt auch schon jemand. Ja. Gideon pusht links. Twin hat, Twin macht den Chor noch, äh, den OP-Buff noch mal. Okay. Ja. Gut. Der läuft, glaube ich, irgendwie in die falsche Richtung, der OP-Buff. Ich weiß nicht, was er da tut. Oh, Twin links bei Gideon. Kannst du hier Never Alone zu dem, zum Twin? Ja, aber... Mach mal, mach mal, mach mal. Wir holen den. Warte, warte, lass ihn so rollen. Warte, warte, sobald dein Ding geht... Ah, nee, nee, ein Decker. Weg, 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 weg. Ich bin gar nicht mehr da. Ich bin gar nicht hinterher. Ja, jetzt müssen wir auch ein bisschen aufpassen, ne? Wir können uns jetzt hier... Nicht so viel Alomen. Wenn die Backdown kann ich's Never Alone. Ich heb's mir lieber mal auf. Achtung, Achtung, Fang, warum? Geh zurück, Achtung, Fang. Oh, Scheiße, Mann. Alter, der hat mich instant gekillt. Zieh OP-Buff durch, go, 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 go. Oh, Iggy ist aber noch da. Der schafft's trotzdem, oder? Der muss einfach nur vorbeikommen. Warum rett der nicht durch? Sind sie zu zweit. Aber sie können auf jeden Fall nicht pushen. Oh, die ist doch geroutet. Oh, hält die was aus, hält die was aus, die Alte. Die pushen alle Lanes, die pushen alle Lanes. Okay, du kannst... Ah, sind ja alle wieder da, außer ich. Okay. Dann ist ja jod. Ah, warum, warum... Kommt der da nicht durch? Na. Der muss doch nur an denen vorbei, solange er sich... Oh, Vector. Vector probiert, Versuch. Okay. Wo? Hier oben bei mir am Jungler, aber er haut ab. Ja, genau. Nice. Schöner Dolch. Schöner Sprung. Und tot. Alter, was er zieht, Mann. Das gehört verboten, ey. Alter, schon. Mach's mal schon. Schön. Das ist halt zu krass, Mann. Kalari ist zu langsam für sowas. Weißt du, der war... Ja, du machst die Attacke, der springt einmal zurück und dann kommst du nicht mehr dran. Ja. Oh. Boah. Oh, war das knapp, ey. Irgendjemand kam links noch und ich hab noch den Schuss auf mich zukommen sehen, aber ich bin Gott sei Dank schon geportet in dem Moment. Hör das Fang, oder wer ist das hier? Fang ist links am Jungle. Ja, dann war er das. Ja, die wollen's jetzt echt drauf anlegen. Ich glaub, die wollen nochmal Backdown. Achtung, links Fang. Holt ihn euch zusammen. Er ist im Jungle. Oder? Weiß nicht. Ja, holt ihn. Boah. Oh. Wop, 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 wop. Mach den, mach den, mach den. Nicht sterben. Sehr schön, sehr schön. Sehr gut gearbeitet. Links durchpushen. Baut die Backrocks. Ja. Easy. Boah. Ja, aber links pushen ist so eine Sache, weil hier die Backpackser sind. Die meine ich ja, die wegmachen. Oh, so viele Punkte und ich hab schon alles voll. Pass auf, nicht, dass einer von hinten kommt. Alter, sind das viele. So, zwei von denen sind tot. Lege die noch. Boah, Twins sieht halt schon krass durch. Ja. Keine mal noch. Eigentlich mal einer, der hier Schaden macht. So sieht das aus. Er pullt sie alle zusammen und ich streue sie wieder auseinander. Das ist eine gute Schreckdecke. Aber ich weiß nicht, der Bild gefällt mir besser, wenn man Crit mitnimmt. Weil dann, äh, sonst hab ich... Ja, sonst, da hab ich nämlich die Chance, 800 da Crits rauszuhauen, ne? Und hier mach ich jetzt immer 427 und hab halt keine Critschance, gar nix. Ja. Also es ist, glaub ich, schon besser, wenn man Crit mitnimmt. Ich weiß es nicht, aber es macht mich ein bisschen nervös. Rechts ist, äh, Twin gewesen. Wir wollen Backdown, oder? Ich guck mal. Ich weiß nicht vorne. Ne, ne, die sind alle da. Never alone, never alone. Ja, lass links durchziehen irgendwie. Was, fangen wir da? No, bye, nein. Die sind alle death. Ja, irgendwas müssen wir machen. Die anderen sollen rechts angreifen. Wow, wow, wow. Alter, ich bin tot. Der war jetzt nicht intelligent. Nee. Oh, fuck. Jetzt müsste... Oh, der will Backdown, der will Backdown. Nein, einer muss kurz. Ich geh schon, ich geh schon. Oder am besten zwei. Oder am besten zwei. Na, der schafft's. Hm. Nicht. Ne, ne, er haut schon ab. Und genau das ist der Grund. Nein, 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 nicht fein. Nein, 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 hab ich nicht vor. Aber das ist genau der Grund, warum ich da immer ein Ward hinsetze. Damit du genau die Zeit hast, nochmal zurückzukommen. Ah. Ich hab da... Das Ding ist, er hat mein Never Alone abgewartet. Der ist jetzt bei Gideon. Hm. Alter. Au, er geht auf die Schnauze. Das ging schnell. Kleiner Provokateur, du. Wer hat am Anfang rumgeheult, wir verlieren. Ja, noch haben wir nicht gewonnen. Ne, ne, das nicht, aber... Ja gut, aber es ist noch alles offen. Ja, ja. Only run to the jungle left. Harvester, braucht kein Mensch. Links Decker. Okay, Backdoor, für nächster Versuch. Zwei Leute. Komm, du musst zurückkommen. Okay, von hinten drauf. Frank kommt, Frank kommt. Bitteschön. Danke, sehr nett von mir. Geht nach links. Da ist jetzt Decker noch, kommst du mit? Ja, ich bin bei dir. Aber sie macht nichts, sie geht auch schon weg. Hab ich ja irgendwie gehört. Ja, Trim, das fehlt, ne? Ja, er steht hier oben, er steht hier oben. Okay. Er kommt wieder. Er geht rechts rum. Ja, sehr schön. Nein, es ist down. Der kotzt bestimmt auch gar nicht. Einer muss rechts pushen gehen, Alter. Ja, geht ihm eigentlich. Ja, sonst kann ich das auch machen. Ich stell noch ein Wort nochmal hier auf. Und wurde uns hier zu Tode, ey. Er zieht durch, ich hab Ding in 40 Sekunden wieder Never Alone. Ja, dann wart ihr immer mit, ja. Ja, ja. Du siehst es rechtzeitig auf jeden Fall. Wenn der über den Tunnel gehen will, dann siehst du das. Merkst du, dass der jetzt ausfällt hier? Ja, ja. Der sitzt Level 3. Alter, was macht denn der jetzt? Ja, das ist egal. Weil ich oder du? Alles egal. Und beide squishy als hell, also. Okay, ne, jetzt fetz. Die links durch. Ja, okay, die in ist links. Wir können hier, also wir könnten, wir halten das noch ein bisschen. Ja, dann haltet mal, ich probiere eigentlich, ich probiere auf den Kern zu gehen. Ja, ja, ja. Ja, ja, wir gehen drauf jetzt, wir gehen drauf. Okay. Aber, ne, ne. Ich zieh durch, ich zieh durch. Komm, 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 komm. Ja. Hab's geschafft. Nice, Leute. Den Kern wird schwer ohne Minions. Ja, du bist nicht alleine. Achtung, Twin, hinter dir. Ja, das seh ich jetzt auch. Hier sind alle hier. Ah, fuck, okay, das ist it. Ich wusste, ich dachte, die wären alle bei euch rechts. Geht weg, geht weg. Ey, Junge, das ist mal ein gut, Twin ist schon ein Monster, ne, aber... Oh, hopp. Böde Decker, ey. Kalf Portback, wenn da jetzt einer Backdoor macht, oder was? Ja, auf jeden Fall. Ist scheiße. Hauptsache nochmal ein Sammler platziert. Den brauchen wir jetzt alle am dringendsten. Ja, ja, ich brauche noch ein paar Kartenpunkte, ich wollte auf 70 erhöhen. Ah, okay. Guck mal, Gideon macht nix. Die macht nix. Der Portet, oder? Was macht der da? Er hat's zurückgeportet. 35 Sekunden. Die den AFK 9th Report. Push the fucking lane. AFK. Was ist der AFK, oder was? Nee, er hat ja gerade geschrieben. Use the map or something fucking kid. Retrasa. Retrasau. Das ist bestimmt Italienisch für Behinderte. Ist das Spanisch? Stimmt, oder? Hm. Hahaha. Ach, geh dich löschen. Me versus all team. Hahaha. Schreibt da? An enemy inhibitor is down. Alter, aber der Trimblast hat echt Eier in der Hose, ne? Muss man die echt lassen. I'm going... I'm get no twin retard. Ah, ich hab keine Ahnung. Der ist behindert. Aber ey, der Trim, ne? Ohne Scheiß, Mann. Der hat auch echt durchgezogen und den Inhab genommen, ne? Mhm. Ja, irgendwann muss das ja mal hier weitergehen. Komm, Groxy Boy, ab geht's. Big Macs wegräumen und dann durchpushen hier. Ne, war also... Wollt schon auf jeden Fall hinten gestellt. Ein bisschen ein Auge draufhalten. Man passiert da auch nicht so schnell nichts. Ey, guck mal, der Twin, ey. Der schießt mich mit drei Schüssen nieder. Ey, das ist doch ein Witz. Also lustig finde ich das nicht. Kommt's nicht, das, Mann. Pass auf, rechts oben. Oh, Bällchen. Ich will hier raus. Ich ging springen, Ben. Oh, nochmal Bällchen. Komm zurück. Ja, Mann. Da hat er den Mund zu voll bekommen, ey. Was war denn das, ey? Hat er selber weggestoßen? Ich, ich hab mein, ich hab mein Bällchen geschossen. Und dann ist er voll da in den Gang gefetzt. Ich muss back, bevor ich jetzt wieder verrecke. Weil ich stell mal hier noch Worte. Und dann so ein Ding gefressener. Aber da kann Gede ja nichts machen gegen Fängen. Da baut ihn weg. Komm, wir müssen jetzt alle gemeinsam durch die Mitte. Ne. Ab geht's. Komm, Ritz ist da, Twin, Ritz ist da. Da müssen wir einen Augenblick warten. Ach, den Gede brauchen wir nicht. Gut. Er kann ja nachher links pushen. Warte, ich muss erstmal noch einen neuen Ward stellen. Mir sind zu, zu heikele. Ich nehm mal, ich nehm mal Blackbuff mit. No. Oh, für den brauchen wir ja Jahre. Oh yes. Boah, links ist richtig viel. Zieh du da mal durch. Bitte. Da kommt einiges, ey. Das ist. Das ist. Das ist. Aufgeräumt oder platziert. Komm mal, komm mal hierhin irgendwie. Hm. Achtung, Achtung, Achtung. Fuck. Oh, 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 oh. Auer, fuck. Okay, der ist down. Weg, 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 weg. Ja. Cheese. Das ist gegen die Wand gepreilt. Ey. Boah. Boah. Da ist schwarzen Buff abgezuckt. Da prallt die Scheiße gegen die Wand, ey. Der wäre so matsch gewesen. Iggy? Ja, aber ich bin mit Schwinn hier links. Ja. Wir leben noch. Boah, nicht, dass der Backdown will. Ich port back. Nein, 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 nein. Ich habe ein Wort gestellter Süßes Port. Hm, bin ich mir nicht so sicher. Ja, normal kann er da nicht durch. Nein. Oh, gestand. Durchgleich ist er schon in der Mitte da drin. Ja. Aber dann macht ihr das. Der Ball ist auf der Seite. Indian kommt. Ähm, da will er. Aber dass er, dass er einfach da durchrennen kann, um das Game zu beenden. Warum macht das unserer nicht? Ja. Ja, die stehen noch ziemlich hinten, ne? Also, das ist der Unterschied halt, ne? Wir versuchen zu pushen und die verteidigen einfach. Das ermöglicht denen das ja. Ja, aber die haben zwei Inips down und können trotzdem verteidigen. Das ist krass. Ja, aber genau das ist ja das Ding halt, ne? Da sind jetzt auf jeden Fall ein bis zwei Leute hinten, um zu verteidigen. Deswegen können wir nicht Backdown. Das meine ich damit. Ja. Kommen die Inips eigentlich nicht mehr wieder? Ach, das ist schon so. Achso, ich dachte, das ist erst so, wenn der Reisemodus auch weg ist. Wir müssen versuchen, links den Inip noch zu holen, weil Decker pusht links durch. Ja, bin unterwegs. Ich hab noch ein Wort gestellt. Ich glaub, Trin will es von rechts versuchen. Aber rechts muss er wenn durchpushen halt durch den Inip erst, ne? Ne, ne, ne. Der kann ja einfach da durchlaufen. Ne, der muss... Ne, er kann das nicht. Wie soll er da oben hochkommen? Er muss so oder so durch den Inip durchlaufen als Trin. Er kommt ja nicht oben rauf. Der Decker kann das, ja. Rampage kann das. Spank kann das. Guck mal, die sind alle irgendwie Ding. Wir könnten eigentlich auch Mitte durch. Die haben halt 100% noch, ne? Ich hab Blackbuff noch 10 Sekunden total. Äh, geht ihr in die Mitte. Holter, du hast ihn jedes Mal alleine. Komm, komm, komm. Lass mal, geht ihr in die Mitte. Ich stun den gleich. Ah, okay, krieg ich ja nicht mehr. Ah, kriegst du sie? Kriegst du sie? Nein, die standen nicht, natürlich. Wo ist sie unten? Oh, das Ding hat mich in die scheiß Mitte gezogen. Achtung, Trin, das ist halt echt wie der Mist. So, wenn die Alte schon mal tot ist, jetzt haben wir schon mal einen Vorteil. Ja. Ja, der Support weg ist. Alter, die wollen rechts durchziehen. Ja, ich geh weg, ich geh weg. Ich geh. Ja, der Inhab geht vielleicht down, aber ich bin vom Verteidigen da. Ich bin auch da nur. Boah, ihr müsst kommen. Kommt zurück, kommt zurück. Kommt schon, kommt schon. Ich bin da. Okay, ich bin am Arsch. Lava, lava. Die ziehen durch. Ja, ich bin hier, ich bin hier. Aber auf jeden Fall brauchen wir noch mehr Leute hier. Okay, ich treffe ihn noch nicht. Einer down? Ja. Macht er nicht mit, das schwimmt. Der haut wieder ab. Ja. Oder? Da muss ich ja auch warden, ey. Wie viele wards hier schon überall stehen, ne? Ja, Mann. Das ist eine richtig üble Runde, diese Runde hier. Ich glaub, das ist die längste Runde, die ich hier gespielt hab. Echt, okay? Wir müssen, wir müssen deren linken Inhip kriegen, ey. Da, der ist in der Mitte wieder. Ja, soll man den Orb abgeben, ey? Ja. Ja, er kommt wieder. Er will wieder kommen. Er läuft da oben runter, runter. Siehst du ihn? Ja. Da, Herr schnappen, dir schnappen, dir schnappen, dir. Ich geh von hinten drauf. Ja, ich geh, 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 geh. Nein, 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 nein. Oh, scheiße. Aber wir haben ihn. Ja, der ist safe, down. Nice. Der Lebensraum, Achtung, Achtung. Ich auch, ich auch. Scheiße, Mann. Okay, heilen und dann links durchboschen. Mhm. Ich hab halt auch Lebensraum mit drauf, deswegen. Ja, aber der hat krasseren. Ich hab nur ganz bisschen bei mir drauf. Einer sollte back sein, äh, back bleiben. Ja, okay, wobei, wir ziehen links durch. Ich kann jetzt zurück ulten, wenn was ist. Rechts probier jetzt deren Twin. Ja, unser Twin, meine ich. Ja. Boah, was für fette Wellen hier kommen, ey. So, wer ist das? Die bauen nur ein paar Minions drin. Oh, das sind zu wenig. Wir werden ein paar Minions reingehen. Geh ich auf den Kern. Ich bleib erstmal hinten und borde mich hier zu Tode, ey. Okay, und rein, 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 rein. Nice. Achtung, Gideon. Ja, ja. Ist down. Komm, auf den Kern, auf den Kern. Nein, 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 nein. Wobei, Mann. Lass die erst fighten irgendwie. Wo, 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 wo. Keiner down. Nice, 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 nice. Fuck. Wir können aber nicht alle steppen jetzt hier. Schönen Mittag. Oh, was ist das so? Wo ist die andere eigentlich? Viele sind Tote rein, ne? Komm, 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 jawoll. Nice, Alter. Einfach mal in Kamikaze-Mission rum. Was ne Runde, ey. Ey, echt krass. Heftige Scheiße. Aber er hat noch gewonnen. Der wollte aufgeben, ey. Ja. Richtiger Depp. Alter, wieder echt krass, wie der Typ immer Backdown wollte, ne? Der kleine Penner. Ja. Oh, yes. Heftige Scheiße, ey. Auch die, äh, Dings hier, die, ähm, Decker, ey. Oh, mein Gott. Ehrlich. Ey, ich war der Beste. Decker ist sogar echt auf Angriff gegangen, ne? Guck mal, deren Gideon war elf. Naja. Gut, Pamarillos, das war mal eine richtig spannende Runde, war geil. Denkt bitte an den Daumen nach oben, schreibt fleißig Kommentare und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Daipam. Tschüss. Anzug. Bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nix verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch. Treti, schick den Kommentar, denn das heilt und es spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsbrot.